Der Sommerurlaub steht vor der Tür und viele wählen die Reise mit dem PKW. Das bedeutet wenig Platz und viel Gepäck. Von der Sonnenliege bis zur Kühlbox muss alles verstaut werden. Der ADAC hat in einem Test simuliert, was bei einem Unfall passieren kann, wenn man Ladung ungesichert im Wagen hat. Die akuten Gefahren durch umherfliegende Gegenstände während eines Unfalls werden nach wie vor unterschätzt. Wir haben hier viele Gepäckstücke lose im PKW verstaut und wollten dann untersuchen, was passiert, wenn in einem Unfall mit 50 Stundenkilometer diese Ladung verrutscht. Zusätzlich zur nicht gesicherten Ladung war in diesem Versuch der Fahrer nicht angeschnallt und der Beifahrer hatte seine Beine auf dem Armaturenbrett abgelegt. Der Crashtest mit ungesicherter Ladung bringt ein erschreckendes Ergebnis. Der Fahrzeuginnenraum wird komplett demoliert. Die Sitze können der Wucht nicht standhalten und werden stark verbogen. Die Gepäckstücke treffen sogar die Insassen und verursachen schwere Verletzungen. Das Ergebnis hinter mir zeigt sehr deutlich, wie gefährlich ungesicherte Ladung sein kann. Das Verletzungsrisiko bei solcher ungesicherter Ladung ist sehr, sehr hoch. Beim zweiten Testversuch wird die Ladung mit entsprechenden Zugurten gesichert. Zudem wird das Gepäck systematisch gepackt. Der Beifahrer ist angeschnallt und beide Insassen sitzen ordnungsgemäß im Fahrzeug. Der Crashversuch mit gut gesicherter Ladung zeigt einen erheblichen Unterschied beim Unfall. Die Personen werden nicht verletzt, doch auch hier ist die Grenze des Möglichen schnell erreicht. Auch der Crashversuch mit gut gesicherter Ladung überzeugt nicht ganz. Zunächst einmal sind die Gepäckstücke im Kofferraum verblieben, dort wo sie hingehören. Aber die Rückenlehne der hinteren Sitzreihe sind stark belastet worden. Dort hatten wir eine Deformation der Rückenlehne. Und bestimmte Gepäckstücke, nämlich die Liegestiele, sind zu Bruch gegangen. Der ADAC rät, bevor die Reise losgeht, immer mit System packen. Schwere Koffer im Kofferraum hinter die Rückbank stellen. Außerdem sollten im Kofferraum zur Ösen mit entsprechenden Gurten angebracht sein. Die Ladung damit zusammenschnüren und auf eine gleichmäßige Spannung der Gurtbänder achten. Kleine Teile wie Ballspiele oder Luftpumpen sicher verstauen, am besten in kleine Zwischenräume festklemmen. Sperrige Gegenstände wie zum Beispiel Liegestühle auf der Rückbank transportieren, aber mit den Sicherheitsgurten festschnallen. Beachtet man diese Regeln, steht der sicheren Fahrt in den Sommerurlaub nichts mehr im Wege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017